WAKURWABBI SIDDNI ILMA Kommen wir zum Hadith in den Sunan von Abu Dawood, überliefert von Aisha und Abu Sa'id Al-Khudri. Aisha sagte sinngemäß, wenn der Gesandte Allah das Gebet eröffnete, sagte er, frei bist du von allen Mängeln, O Allah, ich lobe dich mit deinem dir zustehenden Lob, gesegnet ist dein Name, erhaben ist deine Gewaltigkeit, es gibt außer dir keinen Gott. Im Hadith von Abu Sa'id Al-Khudri heißt es noch zusätzlich, wenn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, zum Nachtgebet aufstand, zum Qiyam al-Layl, sagte er dieses Eröffnungsbittgebet. Und wie gesagt, in Sahih Muslim heißt es, Umar ibn al-Khattab pflegte dieses Bittgebet oder dieses Eröffnungsbittgebet aufzusagen. Das Eröffnungsbittgebet lautet auf Arabisch wie folgt, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gairuk. Was bedeuten diese Worte? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Subhanakallahumma, Frei zu sprechen bist du, o Allah, von allen Mängeln. Das Wort Subhan weist im Arabischen auf Freisprechung von Fehlern, Mängeln und Schwäche hin. Deswegen lesen wir oft im Koran, wenn die Götzendiener, Allah subhanahu wa ta'ala, ein Kind zu schreiben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, Subhanah, um das zu widerlegen und sich davon frei zu sprechen. Beispielsweise in Sura 2, Sura al-Baqara di Kuh, Vers 116. Und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen, danach kommt das Wort, Subhanah, nein, vielmehr gehört ihm alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Und in Sura 6, ein anderes Beispiel, Sura al-An'am, das 4, Vers 100, heißt es, Und sie haben Teilhabe Allah gegeben, die Jinn, wo er sie doch erschaffen hat, und sie haben ihm Söhne und Töchter angedichtet ohne Wissen, Subhanah, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Deshalb, wenn man sagt, Subhanallah, im normalen Zikr oder hier im Eröffnungsbittgebet oder sonst wo, wo dieses Wort vorkommt, sollte man sich an diese Bedeutung erinnern, auf das man versteht, was man sagt. Eine schöne Erklärung zum Tasbihwort Subhanak hat Imam At-Tabari getätigt, indem er sagte, Subhanak bedeutet, frei zu sprechen bist du, o Herr, von dem, was dir die Götzendiener zuschreiben, von gewaltiger Lüge über dich, und frei zu sprechen bist du von allem Schlechten. Dann sagte er, und es ist ein Wort, welches Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Und wir sehen auch im Koran, dass viele Suchen mit diesem Wort beginnen, mit dem Tasbih. So heißt es beispielsweise in Zoratul Isra, Sur 17, die Nachtreise. Sübhane, الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Preise sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen, er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Hier würde sich jetzt jemand fragen, was hat der Tasbih mit dieser Reise zu tun? Mit der Reise von Mekka nach Jerusalem und von dort aus dann in die höchsten Himmel. Es ist ja so, dass die Götzendiener dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam diese Geschichte nicht glaubten und den Muslimen auch sagten, dass euer Prophet sagt, er wäre von Mekka nach Jerusalem in einer Nacht gereist, um sie so zum Zweifeln zu bringen. Deswegen haben einige Gelehrten darauf hingewiesen, dass die Weisheit es ist oder von der Weisheit Allah, dass er hier den Tasbih erwähnt hat, um darauf hinzuweisen, dass er das kann. Und wir haben gelernt, dass der Tasbih darauf hinweist, frei von Mängeln zu sein und fehlerfrei zu sein und frei von Schwäche zu sein. Und die Muslime bzw. die damaligen Araber wussten ganz genau, was der Tasbih heißt. Also hat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala die Macht, dieses mit seinen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu machen. Dann haben wir natürlich noch Suchen, die in den verschiedensten Formen des Tasbihs anfangen. Beispielsweise Sura 57, Sura Al-Hadid, das Eisen, in dem Allahu Subhanahu Wa Ta'ala sagt, Es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und Sabbaha ist die Vergangenheitsform. Dann haben wir auch die Präsenzform in Sura 62, Sura Al-Jumu'ah, der Freitag, in dem Allahu Subhanahu Wa Ta'ala sagte, Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und dann natürlich noch die bekannte Sura, Sura 87, Al-A'la, der Höchste, ebenfalls in Befehlsform. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagte, Preise den Namen deines höchsten Herren. Soviel dann zum Wort Subhanak. Dann das Wort Allahumma, Subhanak Allahumma. Allahumma hat die Bedeutung von Ya Allah, O Allah. Ibn Al-Qayyim sagte zum Wort Allahumma, Wenn der Bittende Allahumma sagt, ist es so, als hätte er Allah mit all seinen Namen angerufen. Andere sagten im Buchstaben Mim, Allahumma, der letzte Buchstabe von diesem Wort, Darin sind alle Namen Allah zusammengefasst und kombiniert. So dass wenn du sagst, Allahumma, Allah mit all seinen Namen angerufen hast. Dann geht es weiter im Bittgebet mit Wabi Hamdik, Subhanak Allahumma, Wabi Hamdik und mit deinem Lob. Gemeint hier ist, O Allah, den Tasbih, den ich vorher ausgesprochen habe, mit den Worten Subhanak Allahumma, ist von deiner Gunsterweisung gegenüber mir. Deswegen lobe ich dich hier mit den Worten Wabi Hamdik. Der Dank und Lob gehören Allah, der mir die Kraft gibt, ihn zu erwähnen, loben und freizusprechen von allen Mängeln. Und ich danke dir, O Allah, dass du mich für das Gute benutzt. Dann geht es weiter mit den Worten, Wata barakas muk und segensreich ist dein Name. Allahs Namen sind segensreich, so sagte er, Subhanahu wa ta'ala, in Surah 55, Surat al-Rahman, Ta'al-Abama, Vers 78. Tabarakas murabbika dhil jalali wal ikram. Segensreich ist der Name deines Herren, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Die Bedeutung von Tabarak ist, viel ist das Gute, was Allah subhanahu wa ta'ala verbreitet. Und das ist die Aussage von Al-Imam al-Tabari und Mohammed Amin al-Shanqiti hat diese Aussage als richtigste gesehen, da es neun Aussagen zum Wort Tabarak gibt. Dann geht es weiter mit den Worten, Und hocherhaben ist deine Unabhängigkeit und Gewaltigkeit. Denn das Wort Jadd ist die Azamah, die Gewaltigkeit. Und auch Al-Ghina, die Unabhängigkeit. Das heißt dann, Und das sagen wir allen, die nicht beten. Es schadet euch nur selber. Allah subhanahu wa ta'ala ist unabhängig von euch. Und das sagen wir auch ebenfalls den Betenden. Denn dieses Wort lässt dich wissen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala brauchst und abhängig von ihm bist, in allen Lagen deines Lebens. Und dieses Wort Jadd finden wir auch in Surat al-Jinn, Surat 72, Vers 3, in dem es heißt, Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Dann heißt es am Ende dieses schönen Eröffnungsbittgebets, Und nichts gibt es, dem zu Recht gedient wird, außer dir. Und das ist der Tauhid. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Und das hilft dir im Gebet. Wenn du dieses Eröffnungsbittgebet sprichst, dass du dir nochmal vergegenwärtigst, dass dein Gebet einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala ist. So wie es auch in Surat al-An'am steht, Surah 6, das Vieh, Vers 162 und 63. Sag gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, er hat keinen Teilhabe. Und in Surat al-Kawthar heißt es, So bete zu deinem Herrn und Opfer. In Bezug auf Qiyam al-Layl wurde das gleiche Bittgebet überliefert, mit dem Zusatz am Ende, La ilaha illa Allah, drei mal zu sagen. Dann, Allahu akbaru kibiran, drei mal zu sagen. Und dann, A'udhu billahi s-samii al-Alimi min ash-shaytani r-rajim, min hamzihi wa nefkhihi wa nefthih. Das wird es sich dann wie folgt anhören. Subhanak allahumma wa bihamdik, wa tebarek asmuk, wa ta'ala jaduk, wa la ilaha ghairuk, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allah akbaru kibira, Allah akbaru kibira, Allah akbaru kibira, Allah akbaru kibira, a'udhu billahi s-samii al-Alimi min ash-shaytani r-rajim, min hamzihi wa nefkhihi wa nefthih. Dann natürlich die Besmela und dann die Al-Fatiha. Auf diesen Zusatz aber kommen wir noch, weil es in einem anderen Eröffnungsbittgebet vorkommt. Das erklären wir dann dort insha'Allah wa ta'ala. Ich will mich hier nur auf das bekannte kurze Eröffnungsbittgebet halten. Das dann soviel zum zweiten Eröffnungsbittgebet. Hatha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen.